DAX-Trading 29.11.2019 Tagesgewinn, 1200 Euro Autor deseltsamec Kenzi YouTube. Heute ist Freitag, der 29.11.2019, es ist jetzt 9.09 Uhr, der DAX steht bei 13.188 Punkte, ich gehe von einer Reduzierung aus und mache ein Leerverkauf über 13.188 Punkte. Nunmehr ist es 9.30 Uhr, der DAX ist rauf und runter gegangen und liegt jetzt bei 13.169 Punkte, ich stelle glatt und nehme den Gewinn von 19 DAX Punkte mit. Jetzt haben wir es 9.31 Uhr, der DAX hat wieder gedreht und steht bei 13.172 Punkte, ich kaufe jetzt einen neuen DAX für 13.172 Punkte, nun haben wir es 12.39 Uhr, der DAX ist immer stufenweise rauf und runter gegangen und steht jetzt bei 13.244 Punkte, ich stelle jetzt glatt und nehme den Gewinn von 72 DAX Punkten mit. Damit möchte ich für heute Schluss machen, ein DAX hat heute einen Wert von 13.25 Euro in etwa, ich habe gewonnen heute 19 DAX Punkte plus 72 DAX Punkte sind insgesamt 91 DAX Punkte, also umgerechnet etwa 1200 Euro Gewinn. Also umgerechnet zusammen bei 10 DAX 없습니다,